Und seit ich heute Nachmittag, also die Oma von meinem ukrainischen Freund Anatoly, beerdigt habe, bin ich nun staatlich geprüfter Beerdigungsinstitutswirt. Ja, das bin ich. Ich bin jetzt staatlich geprüfter Beerdigungsinstitutwirt. Ähm, so. Aber, pass mal auf, ähm, ich bin ja jemand, ich bin ja jemand, der sehr viel von Ausbildungen, äh, hält, ja. Ich bin jemand, der denkt, ähm, ja, ein oder zwei Ausbildungen mehr kann ich schaden, ja. Ja, weil was ist es, wenn es mal, ähm, ja, in einer Branche viel zu viele, äh, Leute, Fachleute gibt, ja. So, und dann stehe ich dumm da, ja. Also habe ich mir gedacht, äh, fange ich noch eine andere Ausbildung an. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, ja, habe eine Freundin, äh, die ist 27, ja. So, und, äh, also habe ich, äh, vorgestern noch eine Ausbildung als, als Friseur angefangen. Ja, ja, ähm, ja, weil ich habe gedacht, äh, ja, Haare wachsen bei den Leuten immer, ja, also Friseure werden bestimmt immer gebraucht. So, also, vorgestern habe ich dann noch eine Ausbildung als Friseur angefangen. So, und am ersten Tag, ähm, also vorgestern, am ersten Tag meiner Ausbildung durfte ich im Friseursalon dann gleich, ähm, zwei Kanienvögeln die Haare mit Shampoo waschen. Ja, 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 und, äh, und das hat auch ganz gut geklappt und ich habe sie dann natürlich auch trocken gefüllt, ne. So, und, äh, gestern, ähm, durfte ich dann, äh, das erste Mal, äh, im Friseursalon Haare schneiden. Ja, 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 und, äh, und zwar, äh, durfte ich, ähm, als Lehrling, ja, ähm, gestern dann einem Wellensittich die Haare schneiden. Ja, 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 und, äh, ja, ich, ich habe dann gestern also schon, äh, geschnippelt, ja. Schnipp, 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 die, 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 so, und, und, und das war schon mal, äh, ein Erfolgserlebnis. Und, ähm, und dann hinterher habe ich ihm natürlich auch, äh, den Wellensittich seine Haare, äh, geshampoot, ja, und, und dann das Shampoo wieder rausgewaschen. So, und heute Morgen, heute Morgen durfte ich dann in meiner Ausbildung zum Friseur, ja, und dann natürlich auch Friseurmeister, ja, hoffe ich bald zu werden, ähm, durfte ich heute die ersten menschlichen Haare schneiden. Ja, 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 heute Morgen, ähm, ja, ähm, gut, es war nicht in dem Sinne, ja, äh, direkt, äh, ja, Haare, Haare, sondern, äh, äh, ein, äh, Kunde aus Jugoslawien, äh, aus Jugoslawien, ja, ein jugoslawischer Mann, ja, dem, äh, sollte ich als Lehrling heute Morgen die Haare schneiden. Äh, und, äh, und, äh, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, ja, weil ich habe gedacht, hey, ähm, ja, zwei Tage hier durfte ich nur an, an Vögeln rumschnipseln, ja, ähm, wann geht's endlich mal, äh, zu, 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 äh, zu einer echten, äh, zu einer echten Person, ja. Äh, äh, so, und, äh, so, also heute Morgen war es dann endlich soweit und, äh, ich durfte diesem, äh, seriösen jugoslawischen Mann dann, äh, seine Rückenhaare komplett abrasieren, ja, ja, also der, äh, sein Rücken sah so aus wie der Rücken von James Bond, ja, ja, also, äh, das war ein totales Fell, ja, das war total behaart hier, war alles total behaart. Ja, und, äh, ja, äh, da habe ich ihm dann eben, ähm, äh, diesen Riesenpelz von seinem Rücken abrasiert, ja, ja, und, äh, und, äh, und da, äh, da habe ich wirklich dann hinterher, äh, Luftsprünge gemacht, ja, aus Freude, ja, also, da bin ich richtig hier in die Luft, äh, gesprungen, ja, aus Freude, weil ich endlich menschliche Haare, äh, schnipseln durfte, ja, in meiner Ausbildung, äh, zum Friseur, und, äh, »Äh, hier, oder?« »Äh, hier, wie auch immer, wenn du so noch nicht, Höfststucharist oder, äh,poon'» »Äh, hier, wie auch immer ich photor auf dem Z sm блWithinho vom Laten Klientz oli, ja, ich hosp pueblo bei dir, ja, oder?» »Wаж Mill sonraki Klientz especialmente ziehe, sie die Daytonviele, »Murvinz wird nichtious capaci, ja, und, ähm, dass withstand. Vielen Dank.